Manchmal gibt es einfach Lego-Sets, die aus den völlig falschen Gründen komplett gehasst werden und bei denen die guten Eigenschaften dann einfach untergehen. Und das ist ziemlich schade. Hey lieben Drixies und ein herzliches Willkommen hier zum Lego Star Wars Set Nummer 75286, den General Grievous' Starfighter. Ein wahrer Zungenbrecher hier. Das Ganze kommt mit knapp 500 Teilen, ist erschienen im Jahre 2020 für den riesigen Preis von 80 Euro. Und 79, 99 musstet ihr damals dafür hinblättern, das sind mit der Inflation, mit der horrenden Inflation berechnet knapp 89 Euro in heutigem Geld. Das ist schon der Wahnsinn, wenn man sich das hier mal so anguckt. Das ist auch nicht das erste Mal, dass der General Grievous' Starfighter erschienen ist. Den gab es schon mal im Jahre 2007 und danach noch einmal im Jahre 2010. Und beide Versionen haben sich natürlich verbessert über die Zeit, aber gerade die zweite Version von 2010, die war dem hier schon ziemlich ähnlich. Und gerade wenn man sich die beiden mal nebeneinander anguckt, dann fragt man sich natürlich, hey, woher kommen denn eigentlich diese 30 Euro mehr? Wir haben die gleiche Figurenanzahl und der Flieger, der hat irgendwie auch die gleiche Größe. Und genau das wollen wir uns heute mal anschauen. Das hier ist kein Vergleichsvideo. Ich werde auch die alte Version hier nicht reinhalten. Da werdet ihr noch ein bisschen warten müssen, bis ich auch die erste Version aufgebaut habe. Aber zumindest wollen wir uns mal angucken, warum dieses Set so unbeliebt war, was nicht nur an dem Preispunkt lag, sondern es gab tatsächlich noch zwei andere Gründe. Aber der Preis war natürlich auch ein Faktor und natürlich wollen wir auch sehen, ob der Preis denn das Ganze auch wert war, beziehungsweise das Lego, was wir hier in diesem Karton bekommen, denn auch den Preis wert war. Ich habe das damals schon geöffnet, deswegen werden wir uns das Unboxing zwar anschauen können, aber ich werde es nicht live machen. Deswegen fehlt auch gleich der Ton. Das Unboxing selber habe ich nämlich tatsächlich letztes Jahr schon gemacht und wollte dazu auch ein Video aufnehmen. Habe es aber dann irgendwie nicht gemacht, weil ich keine Lust mehr hatte nach dem Aufbau. Und ich finde, das muss ja auch schon einiges heißen. Auf jeden Fall können wir jetzt hier zuschauen, wie ich damals die Box geöffnet habe und das ganz schön rigoros ohne mein Messer, Hans und sogar ohne meinen Falzknochen oder wie auch immer. Also die Packung ist komplett kaputt gegangen, aber das war mir damals irgendwie egal. Ich weiß nicht warum, aber ja, zumindest können wir hier mal reinschauen. Wir haben insgesamt drei Tüten, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben eine Tüte Nummer hier mit dem wunderbaren Steinetrenner. Dann kommt natürlich Tüte Nummer drei, glaube ich, hier raus, genau. Und Tüte Nummer zwei folgt dann sofort. Wir haben keinen Stickerbogen in diesem Set. Ich war damals wie heute sehr verwundert, dass in einem 80-Euro-Set kein Stickerbogen drin war. Und natürlich eine typische, relativ große Anleitung ist mit dabei. Und damit beginnen wir auch schon mit dem für die meisten wichtigsten Teil, nämlich die Minifiguren. Mir persönlich war der Starfighter immer wichtiger, aber die Minifiguren sind natürlich auch mit dabei. Und das hier ist eine ganz, ganz, ganz besondere. Das ist nämlich natürlich General Grievous. Ihm gehört der Starfighter und ihn kann man auch tatsächlich hier reinsetzen. Das werden wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Die Figur ist aber der absolute Wahnsinn und ich finde sie absolut klasse. Heute wie damals ist es einfach eine wahnsinnig gut gelungene Figur. Und wir können hier natürlich alles bewegen. Wir können die Arme bewegen, wie wir sie wollen. Wir können die hier hinten auch abmachen. Also das heißt, wenn man ihn nur mit zwei Armen haben möchte, dann kann man die auch einfach abnehmen und so ein bisschen so ein Clone Wars Grievous draus machen. Der hat ja manchmal seine Arme einfach eingefahren. Und ja, man kann alles bewegen, man kann sie nur nicht drehen. Das fand ich damals wie heute ziemlich schade. Und es gibt noch eine Sache, die ein bisschen schade ist, nämlich, dass diese Weißtöne hier ein wenig unterschiedlich sind. Das heißt, auf dem Torso und auf dem Kopf ist es ja ein bedrucktes Weiß. Und die Beine unten, das ist ein Dual Mode. Das heißt, das untere ist ein bisschen gelblicher und das hier oben ist ein bisschen weißlicher. Finde ich ein wenig schade. Hätte man besser machen können, aber es ist natürlich trotzdem eine tolle Figur. Die bekommen wir insgesamt in drei Sets, also in zwei und diesem hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist die 15 Euro, die man dafür zahlen müsste einzeln auf Bricklink, absolut wert. Mini-Figur Nummer 2 ist zwar definitiv nicht die wichtigste, aber ein großer Kritikpunkt, den viele Leute oder viele Fans auch an diesem Set hatten. Und zwar ist das der gleiche Obi-Wan Kenobi, wie wir ihn hier schon in der 75269, nämlich dem Duell on Mustafar, bekommen haben. Und das ist ja an sich erstmal nichts Schlimmes. Allerdings hat er das gleiche Outfit und dieses Outfit hat ein paar Lava Stains oder ein paar Brandmarken auf dem Torso drauf. Und ja, das kann natürlich eigentlich gar nicht sein, weil er da ja erst nach dieser Szene hinfliegt. Das heißt, das hier ist viel zu früh für diesen Torso. Das konnte also eigentlich nicht stimmen, das passt auch eigentlich nicht in die Szene. Das passt eigentlich auch nur in dieses Set rein. Das heißt, es haben sich sehr, sehr viele darüber aufgeregt. Mir war das damals persönlich völlig egal und das ist es heute auch immer noch. Ich finde die Figur toll, aber ich kann es absolut nachvollziehen, warum jetzt manche Leute sagen, okay, das passt mir überhaupt nicht in den Kram. Das ist eine, ja, absolut nicht passende Figur. Aber das müssen wir einfach jetzt mal aushalten. Es gibt natürlich andere, aber die sind halt früher erschienen. Da muss man ein bisschen was auf Bricklink zahlen. Also schade, dass es nicht akkurat ist, aber wie gesagt, ich finde es jetzt persönlich keinen großen Punkt. Hinten haben wir noch ein zweites Gesicht. Da guckt er ein bisschen böse, als würde er gerade Grievous abschießen. Und den Blaster, den hat er natürlich auch mit dabei. Und die dritte und letzte Figur in diesem Set ist tatsächlich auch etwas ganz Besonderes. Die wurde nämlich damals tatsächlich auch gehasst. Und wer sich jetzt fragt, hä, das ist der Airborne Trooper, wie kann der damit gehasst werden? Naja, wenn man darauf wartet, dass nach 15 Jahren endlich ein Commander Cody in einem Set erscheint und dann ist plötzlich ein blöder Airborne Trooper drin, dann ist man doch ziemlich enttäuscht. Die Figur heutzutage ist absolut unbezahlbar. Also die fängt auf Bricklink, glaube ich, bei 50 Euro an. Und wenn man in Deutschland einen bekommen möchte, dann ist man schon gut bei 70, 80 Euro. Dieser Cody hier, den hat man erwartet, den wollte man gerne haben. Der hätte perfekt in dieses Set gepasst und sie haben ihn einfach nicht gebracht. Das war die erste Enttäuschung von vielen. Dann kam das UCS Republic Gunship und da war er wieder nicht drin. Und dann kam er jetzt endlich im ATTE. Aber er hätte einfach in diesem Grievous Starfighter sein müssen. Deswegen waren viele Leute ziemlich enttäuscht. Und der Grund, dass dieser Airborne Trooper so teuer geworden ist, liegt einfach daran, dass wir erstens lange keinen mehr bekommen haben. Das einzige andere Mal war in dem UTA-BAU Trooper Battle Pack von 2014. Aber das war auch eine andere Figur. Der hatte einen anderen Torso und Beine und nur der Kopf oder der Helm war eben der gleiche. Und das ist eben schon eine Weile her. Das Set ist ziemlich selten geworden. Und dieses Set hier ist auch ziemlich selten, weil es eben so teuer war und viele das nicht haben wollten. Und deswegen ist dieser Trooper ziemlich selten und teuer geworden. Und ja, ist damit auch die teuerste Figur aus diesem ganzen Set. 50 Euro, wie gesagt, müsst ihr dafür mindestens hinblättern. Wir haben einen tollen, ja, Trooper hier. Aber ganz ehrlich, das wäre es mir nicht wert. Ich kenne viele Leute, die darauf jetzt eine Armee aufbauen wollen oder von diesem Trooper nur durch diese 50 Euro Figur. Ich würde es nicht machen. Leute, lasst es bleiben. Wartet auf die nächste Version des Airborne Troopers. Ich mag sie zwar gerne und sie sieht auch wirklich unglaublich wunderbar aus. Aber das hier sind einfach keine 50 Euro. Sorry. Und dann kamen wir auch schon zum Starfighter selbst, meinem absoluten Lieblingspart aus diesem Set. Und dabei haben sie tatsächlich etwas gemacht. Und zwar auf der Packung, was sie bei der 2010er Version auch schon gemacht haben. Die habe ich mir damals direkt im Laden gekauft, weil ich sie als Kind so toll fand. Und habe mich aber über ein Detail auf der Box ziemlich gewundert. Und das wollen wir uns heute nochmal anschauen, weil das ist auf dieser Box natürlich auch drauf. Und hier tatsächlich noch ein bisschen verstärkter. Und zwar könnt ihr hier so ein bisschen sehen, ich blende hier nochmal das Bild der Box ein. Deswegen, da haben wir nämlich den Grievous Starfighter, wie er irgendwie liegt. Und da ist dieses komische Ding, was vorne auf der Vorderseite eigentlich ja nach unten geklappt ist, wenn er fliegt. Das haben wir hier irgendwie nach hinten geklappt. Und dann liegt er da einfach auf dem Boden. Und ich habe mich immer gewundert, hey, wenn ich das hinnehme und aufgebaut habe und das hinstelle, dann packe ich doch dieses komische Stützending nach unten. Das passt doch viel besser. Also das kann man klappen. Und dann kann man das nach unten klappen. Und dann steht er auch. Und das ist perfekt so gemittelt, dass der eben auch wirklich gerade steht. Und wenn ich das nach oben klappe, dann ist es natürlich leichter, den irgendwie nach hinten zu kippen. Er steht zwar auch, aber ich glaube, selbst wenn man dann irgendwie nur eine Figur hier hinten rauflegt oder reinpackt, nee, geht sogar. Aber zumindest könnte er eben nach hinten umfallen. Das, was sie auf der Box tatsächlich gezeigt haben. Und ich habe mich immer gewundert, warum zur Hölle Lego macht ihr denn das? Und dann habe ich den Film nochmal geschaut. Und es ist tatsächlich akkurat. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, aber es ist tatsächlich so, dass wenn er steht, dann ist hier hinten die Stütze, die ja eigentlich dafür da ist, um das irgendwie oben zu halten, tatsächlich oben. Und wenn er dann fliegt, dann geht die einfach nach unten. Und ich weiß nicht, warum das so ist, ob das ein Antrieb ist oder was das sein soll. Aber es ist einfach so geklappt. Und sie haben das im echten Star Wars-Universum so gemacht. Deswegen musste Lego das nachmachen. Und das finde ich bis heute einen der spannendsten Parts an irgendeinem Lego-Raumschiff oder generell einem Raumschiff, weil es einfach so komplett unerwartet ist. An Spielfunktionen gibt es hier natürlich auch einiges zu bestaunen. Hier vorne beginnen wir jetzt einfach mal mit den Stud-Shootern. Und die sind tatsächlich relativ akkurat, dadurch, dass sie eben hier vorne wie Kanonen angebracht sind. Man kann sie allerdings auch relativ einfach entfernen, wenn einem dieser Look hier etwas besser gefällt. Die Stud-Shooter, werdet ihr noch nicht kennt, die sind einfach dafür da, um einmal zu drücken. Und dann fliegt dieser Stud einfach weg. Also man kann einfach hier einmal draufdrücken und bluff. Dann kann man irgendwie eine Minifigur damit erschießen oder so. Keine Ahnung, was man damit alles anstellen kann. Auf jeden Fall sind sie da, aber wie gesagt, man kann sie auch relativ einfach entfernen. Unten unter dem Schiff haben wir dann noch eine Spielfunktion. Und zwar haben wir hier einen Spring-Loaded-Shooter zusätzlich. Auch der lässt sich relativ einfach entfernen, indem man hier einfach diese beiden Dinger hier abnimmt. Und dann sieht es auch schon so ein bisschen besser aus. Der wird allerdings von oben aktiviert. Und was sie da gemacht haben, da man ja mit dem Finger hier nicht so einfach runterkommt, ist hier einfach einen Slope einzubauen. Und der feuert das Ding dann eben so ein bisschen nach oben. Und dann fliegt das Ganze weg. Das heißt, man muss nur von hinten drücken. Und wenn man gerade mit dem rumfliegt, dann kann man hier einfach mit dem Mittelfinger oder Zeigefinger, je nachdem was da gerade ist, einfach draufdrücken und irgendwas abschießen, was halt gerade so im Weg ist. Und wenn man den verliert, hat man sogar noch einen Ersatzpfeil mit dabei. Und nur um euch zu zeigen, wie stark der eigentlich ist, hier mal kurz eine Demonstration. Ich hoffe, ich treffe. Und... Boah, ich bin gut. Ganz hier hinten haben wir dann das Cockpit. Und da kann natürlich auch eine Minifigur rein. Dafür können wir das ganz filmakkurat einmal nach vorne schieben. Und zwar wirklich einfach ziehen. Und wusch, geht's nach vorne. Und da kann natürlich auch eine Minifigur Platz finden. Und zwar nicht nur Obi-Wan. Der natürlich auch, das ist gar keine Frage. Der muss natürlich auch im Film dann den Platz hier drin finden. Sondern wir können auch tatsächlich den General Grievous hier reinpacken. Und dafür muss man den ein wenig zusammenfalten. Also mit bösen Worten oder eben auch wirklich physisch. Und den kann man dann hier vorne einfach reinstecken. Es geht ein bisschen schwierig. Man muss ein bisschen nachjustieren und ein bisschen drücken und helfen und so. Aber wenn man dann das Cockpit zurückschickt und dann hier durch das Fenster guckt oder er guckt durch sein kleines Fensterchen, dann hat sich alles gelohnt. Ich finde, das sieht wunderschön aus. Und er passt da einfach perfekt rein. Auch wenn wir ihn im Film eigentlich gar nicht da drin sehen. Dass sich hinten was bewegt, hatte ich ja eben schon mal gezeigt. Aber es gibt tatsächlich noch etwas, was wir bewegen können. Und zwar müssen wir immer noch einen Platz für unsere Lichtschwerter finden. Die passen ja nicht einfach so mit ins Cockpit. Da ist gar kein Platz mehr für. Sondern da haben wir hier an den Seiten der Flügel etwas. Und zwar konnte man bei der 2010er Version hier glaube ich was ausklappen. Und dann waren hier so Bomben drin oder irgendwelche Geschosse oder so. Da wir jetzt aber schon hier oben und unten drunter Geschosse haben, brauchen wir das hier in diesem Modell nicht. Sondern man kann diesen Platz nutzen, um das hier nach hinten zu sliden und jeweils zwei von den Lichtschwertern hier unterzubringen. Und das finde ich mega, mega klasse. Da passen auch tatsächlich immer zwei rein. Und dann kann man das einfach wieder zumachen. Das wird hier durch einen kleinen Clip gehalten. Und dann passt das eben auch so zu. Es fällt nicht auf. Es geht auch nicht auf. Es ist wunderschön verziert hier mit kleinen goldenen Blümchen. Und das Ganze haben wir hier eben auf der anderen Seite auch. Und dann nimmt man eben auch die vier Lichtschwerter mit, die eigentlich nicht mehr gesehen werden, weil er die ja in seinem Mantel versteckt oder so. Und vor dem Fazit noch ein kurzer Trip ins Nostalgieland, auch wenn das eigentlich ja nur 2020 war. Wir können mal kurz vorne gucken. Wir haben natürlich die Möglichkeit gehabt, das Ganze in der Building Instruction App zu bauen. Das Ganze hatte drei Tüten. In der ersten Tüte bauen wir Obi-Wan Kenobi und den Anfang des Starfighters. Die zweite bringt uns den Airborne Trooper und die rechte Flügelseite. Und der dritte hat dann eben General Grievous mit dem Rest da drin. Und ganz hinten werfen wir natürlich auch eben kurz noch einen Blick hinein, was denn da so an Sets beworben wurde. Ganz kurz mal eben nach hinten blättern. Wir haben natürlich die Skywalker Saga, die damals noch angedacht 2020 erscheinen sollte. Und einige sehr, sehr coole Lego Sets. Manche davon, die wir heute auch noch im Laden finden, vielleicht bald auch nicht mehr. Manche, die wir vielleicht bald wieder in den Läden finden und manche, die, glaube ich, einfach nie verschwinden. Und wenn wir umblättern, noch ein kurzer Überblick über alle Figuren von 2020. Und das ist mal ein richtig cooler Anblick. Alles in allem muss ich sagen, ich bin nicht enttäuscht. Dieses Set ist ziemlich klasse. Ich will aber auch dazu erwähnen, ich habe das damals im Ausverkauf für knapp 45 Euro mitgenommen. Und dafür kann man einfach nicht Nein sagen. Gerade die Figurenauswahl, gerade auch der General Grievous und der Starfighter, die sind einfach Überzeugungsmerkmale. Und für 45 Euro ist das einfach ein No-Brainer. Das Problem daran, für den Preis bekommt man es heute definitiv nicht mehr. Wenn ihr das Ganze neu und verschlossen haben möchtet, bezahlt ihr zwischen 95 und 110 Euro. Und wenn es eben gebraucht haben, möchten wir zwischen 70 und 80. Und das ist eben nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und gerade für die 70 bis 80 gebraucht, aber auch für die 95 bis 110, also sogar über 100 Euro neu verschlossen, kann ich dieses Set einfach nicht empfehlen. Selbst wenn man sagt, hey, der Airborne Trooper ist ziemlich cool und der Starfighter ist vielleicht auch nett und ein Grievous habe ich auch noch nicht. Das sind einfach keine 100 Euro, auch der Starfighter nicht. Dann nehmt lieber die Version ohne Figuren und habt einen coolen Starfighter, als euch dumm und dämlich zu zahlen, nur für einen Airborne Trooper, den ihr am Ende vielleicht auch wieder in die Kiste legt, weil ein neuer rauskommt. Und das wäre ziemlich, ziemlich doof. Hätte ich mich gefreut, wenn ein Cody statt einem Airborne Trooper drin gewesen wäre, aber sowas von. Ich glaube, dieses Set hätte sich wie blöd verkauft. Sie haben sich dagegen entschieden und den erst zwei Jahre später rausgebracht, aber heute haben wir ihn zumindest. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Trotzdem denke ich, er hätte drin sein können, aber ich finde trotzdem, die Airborne Trooper Figur ist nichts Schlechtes. Schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu und in die Kommentare, was sagt ihr zu der Figurenauswahl, gerade auch mit dem Obi-Wan Kenobi und dem Airborne Trooper. Sagt ihr, das ist eine gute Idee gewesen oder ist das euer absolutes Hass-Set hier? Und vor allem, was sagt ihr zum General Grievous Starfighter, weil ich finde ihn absolut, absolut klasse. Schaut euch natürlich auch gerne dieses Video hier an. Da habe ich mir nämlich gerade ein paar Fake-Lego-Sets gekauft und die sehen den Originalsets so unglaublich ähnlich. Ihr werdet es nicht glauben können. Und ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.